Die Bäume haben es mit mir, ganz ehrlich. Die Bäume haben es mit mir. Halt ruhig, ich würde bloß gucken, ob da jetzt hinten was frei ist. Hier steht ein Fernseher, ist ja schön. Geht es hier schon weiter? So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Eil. Schnell ist das aber auch fünster, wird es ja übelst. Oh Gott, Nibbel, darf man nicht zeigen. Was ich mal sagen, halten wir uns wieder Richtung Haus und dann rein. Es ist doch nur ein Dachziegel, es ist doch nur ein Dachziegel. Komm rein, 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 rein. Komm, rein. Komm, Schnauze halten, rein. Licht an. Gott. Äh, 20% abgezogen, 30% insgesamt bis jetzt, das geht eigentlich. Ja, du denkst, ich mach da jetzt auf, oder? Ja, doch, ich bin schon da. Ah, wer sind sie? Ja, doch, ich öffne gleich. Warte, wenn die mir jetzt ins Gesicht springt, oder der, oder das, was das auch immer sein ist. Ah, es hat mir einen Schlüssel herher gelassen und hat mir AP abgezogen, danke. Ja, netter Hausbesuch. Sollten wir öfters haben. Hier rein geht's nicht. Ich glaube, es ist jetzt halb drei Bursch. Das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend. Wir sind erst bei Tag 4 und es soll 30 Tage geben. Das halte ich nicht aus. Okay. Ah, ich liebe. Ah, ich liebe Schleswig-Holmolden. Das könnte für Oben was sein. Das könnte jetzt hier oben verschlüsselt sein. Bin mir jetzt aber wohl nicht so ganz sicher. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Schöne Gemälde haben sie hier. Oh, ich gehe jetzt links um die Ecke. Okay. Ich gehe jetzt links um die Ecke. Ich mache das Licht an. Okay. Oh, ich will ja mal ein Streichhals zünden. Entschuldigung, da bin ich außerhalb des Monitors gekommen. Das ist aber eine Scheiße. Noch gibt es Batterien im Überfluss. Mal gucken, wie lange das noch so dauert. Na. Hallo. Guten Tag. Schick haben sie es hier. Ah. Schöne Aufkleber. Auf dem... Auf dem Schrank. Ja, grad, Alter. Was will ich nicht erinnern, kommen die. Oh. Oh. Da liegt wieder ein Zettel. Aber die Batterien kann man erstmal herlassen für späteren Zwecke. Da war sie sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Mhm. Ich habe sie aber auch gesehen. Weil anders würde ich nicht mehr an Tag 1. Tag Nummer 5. Ja. Ich liebe dieses Spiegel-Uhr-Lied. Okay. Licht geht noch. Wir machen jetzt vorsorglich erstmal alle Lichter im Haus an. Beziehungsweise... Äh, erstmal die wichtigsten, also sprich die Korridore. Wenn ich dann rausgehe... Ist schon mit halb 8. Ich muss hier unbedingt... Das ist jetzt die Frage, habe ich jetzt der erste Schlüssel immer noch der Schlüssel, der nirgendwo passt? Oder ist das jetzt der, den ich mal woanders gefunden habe? Oder... Ey. Ich laufe jetzt noch einfach mal hier außen rum. Wir müssen doch irgendwann mal hier hinten in das Haus reinkommen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist keine Chance. Ich habe gerade noch mal hier durchgeguckt. Fernseher... Oh, das ist ein Schlüssel, der nirgendwo geht. Warum nicht, wo es hier hin geht? Es wird schon wieder finster. Ich will ja nicht, dass es finster wird. Die Dinger quietschen immer so um sich her. Ob hier noch irgendwas rumliegt, aber... Ja, die ist doch. Oh Gott. Dann haben wir ja die batterie... äh, die daschen Lampen an. Wird schon schief gehen. Gut. Er hat jetzt immer irgendwas vorge... Ah, er hat ja... Scheiße. Er hat jetzt vorgelesen, dass Linda... Wer das auch immer ist, ich glaube mal, das ist das Mädel, was wir hier suchen. Äh... Denken, die Möbel stehen jedes Mal anders. Äh... Wir haben das jetzt ja auch schon öfters mal mitgekriegt. Also... So abwegig ist das gar nicht. Das heißt, wir müssen... Wir untersuchen jetzt am besten alle Räume wieder. Und halten da... Äh... Ausschau... Ob die Möbel irgendwie verändert sind. Und falls ja, muss da irgendwo was sein. Aber hier scheint alles noch normal zu sein. Oh Gott, das Spiel macht mich fertig, Alter. Ich bin zu verkrampft, das... Ah, Gott. Oh, ich tut mir auch noch weh. So kurz als Zwischenentwür. ...und dann... Leider... So, übrigens warm. Das ist auch noch alles easy. Weil, hoffentlich hält das Licht noch ein paar da. Das ist... Das... Die... 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 jedes mal die ganzen Katzen anmachen kannst gut dann ist jetzt hier schon mal nix ja 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 ich kipp dir gleich was auf es ist nicht gleich mal am besten billen kann hier nicht von der stelle ja danke für den schlüssel aber ich sagte das ist so eine Teufelsstruktur ich runde gleich mit zwei streiche jetzt das Spiel macht Mörder guten Tag jetzt hier was Neues naja naja für mich auch egal ich mich nicht einfach ins Bett legen bitte was denn macht doch keine Musik wenn nichts ist der zweite schlüssel irgendwas für unbewirkt hat gut gut Da muss es drehen sein. Guten Tag. Hallo, ich drehe mal nach links. Links ein. Ah. Tino, ich weiß gar nicht, dass du so ein Foto-Modell bist. Das ist gut gelten für so ein Alter, mein Guter. Hier in der Kerze. Dafür war ich die ganze Zeit da schon... Da um, dem Finde ist... Ja klar. Ist der Lichtschalter? Ach scheiße, ich hätte das Streichholz sparen. Ja, nee, komm. Streichholz, Streichholz. Streichholz, Streichholz. Ja. Ach. Untertitelung des ZDF, 2020